Sie haben das Wort. Ja, Frau Ministerin, oh, leider weg, aber es richtet sich auch an Frau Sibora Seidlitz, weil Sie auch mit Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz argumentiert haben, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Das schließt das, was wir wollen, nicht aus. Die herrschende Meinung sagt zwar, dass es nicht vereinbar ist, es gibt aber unter den Juristen eine im Vordringen befindliche Mindermeinung, die die Ansicht vertritt, dass Heimunterricht mit Artikel 7 Absatz 1 sehr wohl vereinbar ist, weil ja eben die Prüfungen abgelegt werden müssen, die Halbjährlichen, die unter staatlicher Aufsicht stattfinden, wo der Lernerfolg kontrolliert wird. Und zu Frau Pele, ich habe ja erwartet, dass Sie ins Schwärmen geraten, wenn Sie darüber sprechen, wie der Staat die Kinder unterrichtet politisch und Sie machen diesen Anspruch so stark und zugleich ist der politische Unterricht so einseitig in diesem Land, dass man sich fragt, dass man sich fragt, was Sie noch vom Marxismus, Leninismus und Richtung der DDR unterscheidet. Und ich sage Ihnen, was Sie unterscheidet davon. Nichts unterscheidet Ihnen davon. Und Herr Liebmann, ja gut, dass Sie von der SED-Nachfolgerpartei damit konform gehen, das war mir klar. Von der FDP bin ich allerdings etwas enttäuscht, Denn ich hätte gedacht, dass dieser liberale Grundgedanke, den wir hier entfalten, vielleicht doch etwas attraktiver ist für Sie. Aber nein, liberale Gedanken haben mittlerweile jede Anziehungskraft auch für die FDP verloren. Ja, und zur CDU, der Vorwurf, es sei nicht durchdacht. Oh, glauben Sie mir, das ist sehr durchdacht. Und in der AfD wird schon seit Jahren über dieses Modell durch nachgedacht. Und wir haben uns Österreich ganz genau angeschaut. Und in Österreich funktioniert es hervorragend. In Österreich ist das Schulwesen nicht zusammengebrochen. In Österreich funktioniert die Bildung. Es gibt eben die sogenannten Externistenprüfungen. Und man hat alle Fragen geklärt. Es kam zum Beispiel im Laufe der Zeit die Frage, auf die Sie auch gestellt haben, ob Externistenprüfungen wiederholbar sind. Also man fällt einmal durch. Klar, dann wurde festgelegt, man darf sie einmal wiederholen. Das ist jetzt die Rechtslage. Und das beanspruchen ungefähr, also wenn ich mich erinnere, die aktuellen Zahlen, nicht viele, aber ungefähr 800 Eltern beanspruchen das, also Familien beanspruchen das in Österreich, uns funktioniert. Und es entspannt einfach, entspannt das Verhältnis zwischen dem Staat und zwischen diesen Familien, die aktuell bei uns, das zeigen ja auch die Prozesse, die bis nach Karlsruhe gehen, die aktuell verfolgt werden, förmlich verfolgt werden in diesem Land. Und da sagen wir, weshalb, das können wir uns sparen.